Schleifende Kupplungen, abgewirkte Fahrschulautos, dazu gibt es jetzt eine Alternative. Der Degener Fahrsimulator 360 Grad SimDrive, das ist die nächste Dimension der Ausbildung. Mit dem 360 Grad SimDrive gehst du perfekt vorbereitet in die erste echte Fahrstunde. Schleifpunkt, Hoch- und Runterschalten, Übergreifen, Verkehrsbeobachtung und Vorfahrt sind keine Fremdwörter mehr. In Ruhe und ohne Stress kannst du selbstständig die Grundfertigkeiten des Autofahrens üben und die ersten wichtigen Automatismen entwickeln. Dabei gibt der Simulator dir wertvolle Hilfestellungen, beispielsweise zur Fahrzeugbedienung, zur Geschwindigkeit, zur Motordrehzahl oder zu Verkehrszeichen. Du hast den Schulterblick vergessen. Der Simulator führt dich stufenweise zur nächsten Lektion, sodass du auf keinen Fall überfordert wirst. Jede Stunde im 360 Grad SimDrive wird in deinem 360 Grad Online Lernaccount nachvollziehbar gespeichert. Im Simulator wirst du sicher auf reale Gefahren vorbereitet. Selbst grobe Fahrfehler können nicht gefährlich werden, weder für andere Verkehrsteilnehmer noch für dich. Die Handhabung des 360 Grad SimDrive ist kinderleicht. Der Simulator führt dich Schritt für Schritt an die ersten Fahraufgaben heran und er bewirkt, dass du dich wie in einem echten Auto fühlst. Das Cockpit des Degener Fahrsimulators 360 Grad SimDrive wirkt durch die perfekte Verarbeitung, den Original Autositz, das griffige Lenkrad und die übrigen Bedienelemente sehr realistisch. Modernste Computertechnologie mit drei besonders großen, hochauflösenden Monitoren für die Sicht nach vorn und zur Seite sowie ein Monitor für den Blick nach hinten machen die Illusion perfekt. Ein Körperschallmodul gibt dir spürbare Rückmeldungen, sowohl zum Schleifpunkt der Kupplung beim Anfahren als auch zur Fahrbahn. Du fühlst dich wie in einem realen Auto. Darüber hinaus gibt es einen Motion Sensor, der zum Beispiel deinen Schulterblick überwacht. Der Degener Fahrsimulator ist eine ideale Ergänzung zu deiner praktischen Fahrstunde im Auto. Dafür gibt es gute Gründe. Mit dem Fahrsimulator 360 Grad SimDrive kannst du das richtige Verhalten lernen. Dein Fahrstil kann mit Hilfe des Simulators sinnvoll optimiert werden. Um eine optimale Ausbildung zu ermöglichen, ist das System modular ausgerichtet. Neben den drei Modulen Grundfertigkeiten, Abbiegen und Vorfahrt gibt es weitere Übungseinheiten, die in dieser Form nur der Degener Fahrsimulator bietet. Zum Beispiel die Stadtfahrt. Neben zwei leichten gibt es auch zwei schwierigere, unterschiedliche Stadtrouten, in denen du deine erlernten Grundfertigkeiten festigen kannst. Auch bei der Stadtfahrt erkennt der Simulator deine Fehler und du erhältst sofort korrigierende Rückmeldungen. Die Realitätsnähe ist wirklich beeindruckend. Im Fahrlehrer-Modus findet eine freie Fahrstunde unter Anleitung statt. Hier kann der Fahrlehrer für dich spezielle Situationen anwählen und dir gezielt dazu Erklärungen geben. Der Fahrsimulator kann für dich eine echte Hilfe sein und auch eine Erleichterung. Er kann sogar eventuell vorhandene Ängste abbauen. Für mich war das natürlich was Neues, das ist ganz klar. Aber man hat sich wirklich schnell da eingefunden, man hat den Blick auch schnell gehabt. Irgendwann hat man einfach vergessen, dass man in einem Simulator sitzt. Und es war wirklich was anderes und was Tolles mal zu erfahren, die Erfahrung zu haben. Und für mich war es einfach so, ich hatte vor meiner ersten Fahrstunde tierische Angst. Die Panik, es kann ein Unfall passieren oder Ähnliches, hat mir natürlich ein paar Nächte an Schlaf geraubt. Und als ich dann gehört habe, man kann natürlich mit dem Fahrsimulator die ersten Stunden machen, war das für mich eine Erleichterung und hat dann auch Spaß gemacht. Auch Fahrlehrer sind überzeugt. Fahrschüler, die den Simulator nutzen, sind besser auf die Praxisausbildung vorbereitet. Der Simulator 360 Grad SimDrive ermöglicht eine neue Dimension der Ausbildung. Nutze die Chance und profitiere von den einzigartigen Möglichkeiten, die der Simulator bietet.